Weiße Sandstrände, kristallklares Wasser und 30 Grad unter Palmen. Das macht Lust auf Urlaub und die Reiselust der Österreicher ist umgebrochen. Doch mit den vielen politischen Krisen reißt ein gewisses Unbehagen mit. Ägypten würde ich nicht, war ich auch schon, Türkei war ich auch schon, habe ich schon gesehen. Falt innerhalb Europas. Man schaut dann schon, wo sind Krisengebiete und wo bin ich sicher. Und dieses Gefühl kommt nicht von ungefähr. Tatsächlich hat sich die Sicherheitslage in so manch beliebter Urlaubsdestination verschlechtert. Wir versuchen auf die Sicherheitssituation weltweit natürlich zu reagieren. Und wenn man die Homepage des Außenministeriums konsultiert, dann wird man auch sehen, dass es einen weltweiten Sicherheitshinweis gibt seit 2014. Doch das muss den Urlaubsfreuden nicht im Wege stehen. Herr und Frau Österreicher entdecken neue und alte Urlaubsdestinationen für sich. Immer einen Urlaub wert ist zum Beispiel Italien. Dolce Farniente an einem toskanischen Strand, ein Spaziergang über dem Forum Romanum oder einfach nur der italienischen Küche frönen. La Dolce Vita lässt grüßen. Italien ist nach wie vor eine sehr beliebte Urlaubsdestination. Man findet dort einfach alles, was man für einen gelungenen Urlaub braucht. Man hat ein tolles Flair, einzigartig kulinarische Köstlichkeit und atemberaubende Strände. Wem Italien nicht genug ist, die Reise aber nicht so weit sein sollte, der ist in Kroatien gut aufgehoben. Kilometer lange Strände, unzählige Inseln und eine besonders gastfreundliche Kultur laden nicht nur zum familiären Badeurlaub. Kroatien hat einfach eine wirklich tolle, langgezogene Küste, super touristisch erschlossene Inseln, wo man wirklich das Ideale findet, egal ob es der Naturliebhaber ist, Familien, Ruhesuchende und Individualisten. Wem das alles zu gewöhnlich ist, für den könnte Bulgarien ein richtiger Insider-Tipp sein. Gerade Urlauber, die früher in die Türkei verreist sind, steuern nun das Paradies am Schwarzen Meer an. Große Ressorts an Goldstrand, Sonnenstrand und Co. bieten All-Inclusive-Luxus zu ähnlich günstigen Preisen und das nur zwei Flugstunden von Wien entfernt. Bulgarien bietet vieles für Familien. Man findet wirklich schöne Hotels direkt an den Stränden, aber auch für Kulturbegeisterte, zum Beispiel UNESCO-Weltkulturerbe, die Stadt Nessebar. Es ist für jeden etwas dabei, was Bulgarien wirklich interessant macht. Ein guter Tipp für alle, die sich etwas unsicher vor dem nächsten Urlaub fühlen. Im Reisebüro kann man sich ausführlich beraten lassen und steht auch im Fall der Fälle nicht alleine da.